Radio Schammer 292 bringt das Feeling der Offshore-Stationen zurück in dein Radio auf der Kurzwelle 6070 KHz. Und die nächste höhere Leistung mit noch besserem Empfang in ganz Europa. Check unsere Homepage radio6150.de The Sound of the Radio Brick It Back Wall Shortway Radio Channel 392 Interview XGB bei Radio CIRC Liebe Funkamateure, liebe DEXA, liebe Kurzwelle Freunde, es wird Zeit für ein interessantes Interview mit dem DARC-Vorstandsmitglied Christian Enzweller. Es wird geführt von Eva-Maria Englert, Delta Golf 9, Mike von Gottkult. Hallo, bei uns im Studio von Radio DRC sitzt OM Christian Enzweller, Delta Lima 3, Mike Bravo Gold. Christian, du bist Mitglied des DRC-Vorstands, was ja sicherlich bekannt ist. Christian, vielen Dank für dein Verwenden. Christian, als du Anfang Februar an einem Projekt, dem aus dem UV München Südschalli 18 kontaktiert wurdest, Bezüglich einer möglichen vereinseigenen Radiosendung. Was war da dein erster Gedanke? Hallo, und ein Übringungs auf alle Zuhörerinnen und Zuhörer. Und ich muss gestehen, der erste Gedanke war, dass er schreibt eigentlich von der Zuhörer, der mich aus dem Abend...